Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Taxi auf dem MegaDrakeser. Ja, im letzten Part haben wir angefangen hier das Haus zu bauen und jetzt gehen wir auf grosse Reise. Wir gehen jetzt Richtung Norden, Norden war noch niemand. Und schauen dann, wie man am besten die Portale macht, um dann schnell reisen zu können. Ja, in Gebiete gehen, wo noch nicht andere Leute waren. So, das Klärte halten halt viel mehr aus. Da ist noch ein neuer Spieler. Mal kurz gucken. Hirigus, ok der Hirigus ist hier. Hier oben, auch oben rechts auf der Karte, seht ihr die schwarze Grenze. Dort wird unsere Stadt gebaut. Und da gehen wir mal kurz hin. Wenn wir können, wenn hier nicht unwegsames Lände ist. So, ja, wir planen einfach so ein bisschen eine moderne Stadt, eine Owner-Stadt, eine Operator-Stadt. Und, ja, einfach ein Bauprojekt, damit wir das zu bauen haben. Und ein Klan-Projekt, sozusagen. Eine Machtdemonstration, sozusagen. Oh, ein Meteorit. Keiner glüht mehr leider. Das ist schon ein älterer Meteorit. Hm. Was ist das gewesen? Ein Armadillo oder so? Die sind meistens laut zu hören, also von Weitem. Ah, hier haben wir ein bisschen Leder. So, noch mehr Leder. Ha, die Leder ist die Kuh. Da ist ein Armadillo. Okay, der bringt nichts. Nö. Na, Schafe brauchen wir jetzt nicht. So, und jetzt noch ein bisschen nach Norden. Genau. Bringst du etwas? Komm schon. Pfff, Scrap Meat. So, ähm, also die bringen nichts, außer vielleicht ein bisschen etwas, aber nur Loot, was wir eigentlich nicht so unbedingt genau brauchen. Ja, das Nashorn brüllt auch irgendwie so komisch. Freien Lauf. So, also jetzt haben wir hier den Mittelpunkt. Da vorne. Ah, den nehmen wir auch mal mit. Ähm, Akazien. Genau. Okay, keine Akazien. Setzlinge. Hm, schade. Also hier steht eigentlich so, was die Stadt eigentlich genau ist. Wer hier, ähm, gebaut und so weiter. Also zum Beispiel, ich mach mal. Ah, Wunsch. Ähm, wo ist das? Das, genau das. Das meine ich. Also hier, wo der, die rote Wolle ist, mach ich den Präsidentstower. Und, ähm, den mach ich dann einfach nicht im Let's Play, sondern sozusagen, ähm, einfach wenn ich da zwischendurch mal Bock habe. Weil der muss halt sehr gut vorbereitet werden, geplant werden. Und dafür hab ich nicht Zeit noch im, ähm, im Let's Play zu machen. Aber wir machen im Let's Play noch andere gute Sachen. Und, ähm, ja, mal schauen. Komm. So, jetzt. Ah, das reicht. Eine Kula, lass ich mal noch hier. Und jetzt gehen wir am besten hier weiter. Hier zwischendurch. So, noch ein bisschen Hunger. Ja, was ist jetzt los? Hä? Was ist denn das für ein Bug? Jetzt geht's wieder übel. Ah, irgendwie komischer Bug. So, also, wir machen einen Crafting Table. Im Crafting Table machen wir einen Rucksack. So, aber ist das nicht ein anderer? Weg. Ähm. Ich will den großen. Aha, jetzt sind einfach farbig und dann die großen. Die großen sind dann. Dann hat er. Mit Tarnetletter. Und Tarnetletter geht mit Boundletter kochen. Und Boundletter geht mit Strings noch. Okay, dann machen wir einen normalen Rucksack. Zwei am besten. Einen für Loot und einen für Erz und so. Und gehen weiter. So. Also. Da oben ist ein neuer Methrit. Ah, wieso ist der Methrit? Da ist doch ein Methrit-Schild. Hm. Keine Ahnung. Der Mod nervt ein bisschen. Der Methriten-Mod. Das hätten sie anders lösen können. Und ähm. Ja, nicht so oft. Weil auf der Erde gibt's auch nicht so oft Methriten. Wir gehen kurz, dass die Diamanten holen. Weil die brauchen wir. So. Boah. Jetzt hab ich noch anderthalb Parts schon ein bisschen Probleme mit der Stimme. Probleme mit dem Atmen und so. Ist nicht so gut. Jetzt muss ich wirklich zum Arzt dann. Und ihm sagen, dass es mir nicht so gut geht. Wahrscheinlich auch wegen der Hitze. Wegen dem Stress und wegen den vielen Einwohnern hier, wo ich hier täglich Kontakt habe. Aber die betragen wahrscheinlich auch wir. Da ich ja eigentlich immer zu Hause war, hab ich nicht so die Abwehrkräfte bekommen. Und dadurch ist es wahrscheinlich wieder schnell, was, ähm, ja, möglich zu bekommen zu haben. Ein Virus zu bekommen. Ist die Chance hoch. Also hab ich wahrscheinlich jetzt schon langsam ein. Aber ich hab jetzt schon zwei Tage Internetprobleme gehabt. Und jetzt müsste ich eigentlich die Parts trotzdem noch aufnehmen können müssen. Ja. Mal schauen. Vielleicht geht's mir am Abend besser. Dann nehm ich ganz viele Parts auf. Sobald's mir wieder viel besser geht. Jo. Mal schauen. Also, wir gehen jetzt hier Richtung Norden näher. Ja, hier durch. Ach, hm. Nein, die mache ich später. Für schwarze Rucksäcke, die sehen am besten aus. Ja, jetzt ist der Server eigentlich auch erst seit ungefähr einer Stunde on. Dann wissen die Leute natürlich noch nicht, dass sie auf dem Server können jetzt. Sollen wir es probieren. Ähm. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Gesellschaft wieder bei Ding. Nötig. Bisschen reden oder so. Aber ich mache wahrscheinlich auch jetzt eine Pause eben für Arzttermin. Und andere Sachen. Ich weiß nicht. Die haben, glaub ich, nicht so schönes Holz. Diese Bäume. Die Redwood. Ähm. Mammutbäume. Ja. Nicht ganz anders. Nicht viel anders als das Eichenholz und Fichtenholz. Oh, schaut mal. Hier ist ein Gletscher, glaub ich. Gehen wir mal dorthin. Kurz schauen. F3 drücken. Und nachgucken. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Schauen wir mal, was das ist. Da ist dunkles Wasser drin. Das ist einfach eine andere Art von Eis. Boah, schaut euch mal diese Festung an. Cool, 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 cool. Also, was sehen wir? Glacier, äh, Gletscher. Glacier ist Gletscher. Ist ein neues Biom vom Biom XXL. Also, das kam damals neu rein. In den vorherigen Biom XXL, glaub ich, noch nicht. Also, auf jeden Fall hab ich's bei Hex das erste Mal gesehen. Und, ähm, ja, find ich cool. In der neuen Version gibt's, glaub ich, die auch nicht mehr so häufig. Also, ich hab's in der neuen Version auch nicht mehr gesehen. Oh, schaut euch mal. Schaut mal, hier haben wir hier Karotten. Und Kartoffeln. Sehr gut. So. Also. Gehen wir mal zur Festung. Schauen, ob die schon geplündert wurde. Aber das ist, glaub ich, so eine Festung, die nur, ähm, so Ritter haben. Die Lootmöglichkeiten sind wahrscheinlich nicht ganz so gross. Es muss ein Ritter, glaub ich, da oben sein, der richtig viel Leben hat. Und sich teleportieren kann. Gegen den hätten wir ja keine Chance jetzt noch. So, hier. Oha. Oha. Okay. Einen Schaltkreis. Redstone. Repeaters sind dort. Also, wie die heißen. Und, ähm, wo ist der Eingang? Also, das Eis sieht mega schön aus. Das ist genau gleich, einfach anders wahrscheinlich genannt. Und, ähm, wahrscheinlich hat's dem, ähm, Mod-Edwickler einfach ein bisschen gestört, dass das Eis so gräulich aussieht. Und hat sie blau gemacht. Und, vielleicht Gletschereis. Packe Eis oder so. So, was haben wir denn hier? Ich sehe es schon. Es greifen wahrscheinlich ganz viele Ritter hier an. Ah ja, hier war schon jemand. Und, wer war hier? Der Cubanello. Also. Cubanello. Hast du da fertig gemacht? Denke schon. Wir schauen jetzt mal kurz die Kiste hier oben an. Und, wenn da geplündet wurde, dann ist natürlich klar. Gehen wir aus. Nein, ist nicht geplündet. Okay. Aber die Gegner sind nicht mehr hier. Hm. Ja. Vielleicht nur das. Ja, ja. Er ist hier weitergegangen. Okay. Dann schauen wir dann im nächsten Part noch eine andere Festung um. Das ist natürlich auch eine Festung, die gleich am Spawn liegt. Dann kann es natürlich sein, dass die natürlich schon von anderen Spielen geplündet wurde. Das ist klar. So. Ein Enderman. Ja, den müssen wir nicht töten. Okay. Was war denn das? Hm. Ah, da ist der Gang nach unten. So. Hier hat es eine Küche. Hat sie Essen. Ich möchte mal bestes Essen. Hm. Auch nichts. Gar nichts. Schade, schade. So, also. Gehen wir mal zum Dorf in den Norden. Da war wahrscheinlich dann noch niemand. Was ist das? Ein Eisbär, der braun ist. Okay. Ein bisschen ein so graubrauner Eisbär. Hm. Birken nehmen wir mit. Weil Birkenholz schön ist. So. Keine Setzlinge. Doch, einen. Einen Setzlinge habe ich gesehen. Sehr gut. Und die Gegner sind auch sehr selten. An was liegt das? Wisst ihr das? Das sind im Server manchmal wenig Gegner spawnen. An den Anzahl Spielen, die einfach auf dem Server gerade noch drin sind. Das ist einfach irgendwo anders, die Monster spawnen oder so. Weil die Chunks geladen sind. Das muss man ja ändern. Dass halt verschiedene Chunks genau gleich viel spawnen können, oder? Wenn halt viele Chunks geladen sind, dass immer gleich viel in den Chunks laden können. Ja, dann laggt halt Minecraft manchmal. Aber das liegt an Java, nicht an uns. An uns zu übertreiben. Das ist halt manchmal leck. So, jetzt kommen die Monster wieder. Nett. Chocopedia brauchen wir nicht. Hauen wir mal den Bill raus. Und dieser Mod mit diesem Zelt da, Rubinen, Smaragden, ist auch voll ein unnötiger Mod. Nein, den nehme ich mit. Die haben schon einen Wert. Und wir steigen mal was in den Rucksack. Und zwar dieses Zeugs, da wo wir nicht unbedingt jetzt gerade brauchen. So, nein, den Crafting Table nicht. Aluminium, Dirt, Arrows. Genau. So, also weiter nach Norden. Und mal schauen. Einen Wolf haben wir Knochen? Hatten wir Knochen? Ja. Komm, ein oder zwei Wolf. Ja, einer haben wir. Einer. Nein. Okay, einer. Komm mit. Ja, was ist jetzt? Ja, komm mit. Kannst du mich vielleicht ein bisschen verteidigen, Herr Wolf? Da oben ist ein bisschen von diesem Kirschbarmholz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man zoomt. M, help. Öh, pfft. Steht nicht, okay. Das ist ein bisschen kleiner auf der Map. Aber wenn man hier auf Optionen geht. ist das Koordinaten-True? Ist das Koordinaten-True? Ja. Das wäre nett. So. Hier oben noch ein Dorf. Boah, wie viel darf er spawnen hier bei Hext? Ein Dschungeldorf. Nicht lecken. Haha. Sagt ich schon. Mein Kräft wäre abgestützt. Oder selber wäre er abgestützt. Nicht gut, ey. So. Also, wir werden da auf den Part. Nächster Part geht es dann weiter. Und, ja, vielleicht finden wir dann etwas Gutes. So in Türmen, die kaputt sind und so, bringt es nicht reinzugehen. Und, ähm. Ui. Wer hat das kaputt gemacht? Hat der Minecraft? Wieso hast du das kaputt gespawnt? Das geht noch gar nicht. Da auch. Aber das ist eher nicht kaputt. Sondern einfach kaputt. Ähm. Falsch. Oder nicht gespawnt. Ja, das sind so ein paar Bugs. Spawn Bugs. Also. Schade, schade, schade. Okay. Egal. Also, dankeschön fürs Schauen. Und, ähm. Bis zum nächsten Mal. Und danach wieder ein bisschen motivierender. Ein bisschen weniger krank. So. Tschüssi, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ja. Pff. Hey, hallo. Komm jetzt rein. Ah, der hat wahrscheinlich das Skelett angegriffen. Ja, jetzt. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.